Die haben mich untertitelt, weil ich Bayerisch gehört habe. Mag ich auf Def... Mag ich Defi... Nein! Wo steigen wir ein? Ton ist noch gut! Ich bin ein Morgenmensch, ich liebe den Vormittag. Dementsprechend versuche ich auch dann jeden Tag in der Früh meinen Morgensport zu machen. Zum Glück habe ich die Möglichkeiten, den wirklich hier auch zu variieren. Und dann beginnt eigentlich für mich der Tag in Rosenheim. Für mich ist Rosenheim die perfekte Stadt. Es ist klein genug, dass man viele kennt und groß genug, dass man alles bekommt. Und da müssen wir hin. Deswegen ist Rosenheim meine Heimat und mein Zuhause. Und wenn ich nach Rosenheim reingehe und einen schönen Kaffee trinke, dann waren wir ja heute auch beim Barber, wie es ja so schön heißt jetzt. Weil die können es dann doch ein bisschen besser als du selbst vor dem Spiegel. Und natürlich, momentan ist das Rosenheimer Herbstfest, 16 Tage im Jahr ist hier Ausnahmezustand in Rosenheim. Dementsprechend knüpft man auch Freundschaft, auch sehr gute Freundschaften. Heute habe ich einen meiner langjährigen Freunde getroffen, mit dem ich früher auch immer im Autoscooter gefahren bin. Da habe ich mir zum Glück nicht zu viel abgeschaut, was ich heute auf der Rennstrecke zeige. Aber Spaß beiseite. Die bayerische Kultur wird hier wirklich noch gelebt. Hier kannst du wirklich Bayer sein. Das ist für mich Lebensgefühl und das kann ich hier wirklich ausleben.